Oh mein Gott, krieg ich das bitte hin? Danke Oh mein Gott Oh mein Gott Ich musste kurz ein Moment überlegen Äh, LOL Ja, der letzte bei der fucking Frostchab stuck LOL So gut Hier gibt es einfach nicht so viele breakable surfaces, oder? Äh, in der Bank, nein In der Bank gibt es nicht so viel Scheisse super nass Fuse spiel ich super gerne, geht nicht Sledgehammer braucht es irgendwie total nicht Ähh, Thermite? Nein So, was, 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 was? I don't feel my purpose anymore Ganz so einfach, die Brawana ist Bay Äh, sie können nicht mehr unten im Keller sein Ja toll, ich bin gerade da gesponsert und auch... Oh, fuck. Du kannst 7 drücken und deinen Spawn noch mehr ändern. Too late, meine Drohne ist schon da. Das ist korrekt. Ja egal, woanders ist noch eins zum Einlatschen. What? Was, what? Nein, sie haben vorhin im Keller gewonnen, oder? Warte, du, schnell bei ihm. Nicht, Alter. Ah, ich war... Gott, wer pickt den Spawn bitte? So jemand wie ich. So clueless fucker. Ah, meine Drohne ist mir ein Stabler. Äh, gehen wir vorhin um die Mitte. Ah, oh, also ich bin oben. Reloading. Wo noch? Sie springen unter dir. WTF? Äh, was? Raus, 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 raus. Caviera. Das heisst? Sie wissen ganz genau, wo wir sind. Ah, das ist gut, sonst alles kommt ja schnell. WTF? Der eine rastet fast aus. Äh, ich spreng den Boden in dem Raum. Das ist gut. Smog. Ah, was? Was? Zwei Töten, zwei im Raum. Was? Nein, das ist nicht schlecht. WTF? 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 Wir sind alle drei der Drängen. Ohhhh. Fuuuuck. Wärtsser Objekt 2 einmal. Hat er den jetzt nicht gesehen? What the fuck? Anscheinend nicht. Was? Das waren jetzt eine halbe Sekunde von Frames oder so? Ja, der ist da einfach gemütlich rausspaziert, die Kaviere. Aber fuck me, dass da drei Drögen waren. Ja, ich bin runtergeschossen. Ich habe Smoke reingeschossen. Du hast die Lücke gesprengt. Ich habe Smoke reingeschossen und bin runtergedrückt mit einem Schild. Ich sehe so eines im Five-Fight angefangen, gerade einer von der Seite zu kommen. Wow, nevermind. Was? Okay. Okay. Le Buse. Ah, ähm, wir gehen in Lockhees. Okay. Easy. Doch, dann finde ich Legion trotzdem einer. Absolut angenehmer. Ball. Aber wie sieht man dieses Zeugs vom Legion wirklich nicht? Ich kann dir gleich mal einer auf den Boden werfen. Und dann sagst du mir, wie gut du sie siehst. Okay. Willi haben wir nie so einen Style gesehen, oder? Hier, schau. Ich weiss auf dem Boden. Da. Was? Was? So sehen die Dinger aus. Nein, not even kidding. Das ist... Hast du wieder rufen, oder wird's ganz unsichtbar? Es wird ganz unsichtbar. Also nein, nein, du siehst... Wenn du ganz genau hinschaust... Ah, gut, gut, gut. Gut, ich habe gemeint, dass es nicht ganz unsichtbar wird. Was? Ne, noch unsichtbarer wird es nicht. Aber ja, gut, das ist wirklich nicht. So, thank for hostels. Paul, reinforce! Mhm. 10 Sekunden. 5 Sekunden und counting. Op4 Drone locates the Biohazard Container. Op4 Drone has located the Biohazard Container. Who's dedicated? Ceil! I was here. Redding Needlecandy. Type. I'm not here, blood pressure. He liked to be. It's her. Nothing, I don't see how we move on. Das ist genau bei uns, was auch bei mir besser gesagt. Deploying heartbeat sensor. Reloading. Sensor activated. Denied. Human come upstairs. Fuck. Oh shit. Uh, one garbage, eh? Surveying. Oh fuck this. 15 seconds. Ja toll, 50 lives. 10 seconds left. One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Looooooool. Der eine ist auch in den fucking Capgarn-Ding reingerannt. Woah, was ist da? Was? Das ist Ella. Nein, ich meine, hast du auch gerade so einen schönen Graphics-Glitch gehabt, wo einfach alles so weiss war? Nein. Der eine Noob aus unserem Team. Holy fucking shit, are you serious? Okay. Okay. So können wir jetzt die nächsten zwei Runden gewinnen? Ich finde das voll sozial. Nein! Egal. Du musst den Biohazard-Container holen. Sie haben immer noch unten gewonnen, das heißt unten dürfen sie nicht sein. Okay. Du checkst ihn. Du darfst einen Ort, auf den du gewonnen hast, nicht nochmal picken, außer du hast dreimal, glaube ich, gewonnen. Okay. Als Verteidiger. Besser. Was ist es? Du hast... Was ist die Beschreibung? Du hast... Ich mach das nochmal. Nein, ich mach das jetzt nicht. Ja. Server... Oder was... Nein, ich bin keine Server. Äh, Archive. Tellers Office. Was ist ein Teller? Ist ein Storyteller? Oder what the fuck? Weißt du, was heißt? Was ist das Archive? Nein, Teller... Stellers Office. Das ist die Zeit. Ich wollte gespawnt, HIP, Kavira. Ich habe die Öffnung gesehen, ich hätte einfach direkt schiessen sollen, whatever. Die ist jetzt einfach gerade so zusammengelegt. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte zu lange schon nicht mehr gespawnt, gibt. Er fliegt. Er ist in der Nähe, in der Nähe ist niemand, in der man kann dir niemand helfen. Okay, Jürgen, hab dich angelogen. Go cool, brrrr, bis da. Unser Do not worry, I have shield. I am not noob. So, warum hast du nicht deine Main-Pistole rausgenommen? WTF, warum campst du immer noch mit der Pistole? Keine Ahnung. Okay, du musst uns carry'n. Probier's. Oh come on, wieso ist alles leer heute? Oh my god, don't rush. Was soll er machen, der ist IQ? Oh fuck! All Friendlies have been eliminated. Er hat das in 1v4 gewinnen müssen. Toll. Und die erste, die ich tötete hatte, der 5. Die haben wir schon irgendwie 70 Held weggeschossen. Toll. Office! Oh! Fuck yes, Office! Oh! Office bin ich voll dabei. Okay. Aber nur mit Lesion. Sorry, aber die unsichtbaren Traps sind einfach zu viel. Die sind absolut heftig. Was? Nein, nicht Open Space. Office. No! Barricade the room. We need to protect the biohazard container. We need to protect the biohazard container. Where are we involved? We're playing out the welcome path. Gummy hit! Off board located to biohazard. Law secured! Oh wow! What the fuck! What the fuck! 10 seconds to insertion. Flothing mug! 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. Links, rechts von der Rezentronen. Rechts im Acker. Wer steckt? Protect the biohazard container at all costs. Er ist nichts mehr dran. Okay. Okay.